Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Amy. Heute wollen wir wieder ein Aufklärungsvideo, naja, Aufklärungsvideo und nicht wirklich, ein Video machen. Diesmal mit meiner Freundin Celine. Celine? Celine, wo bist du? Da? Ja, ähm, dann wollen wir euch zeigen, wie ihr den Sandnagellack abbekommt. Ihr kennt sicherlich das Gefühl. Äh, ja, ich krieg diesen Nagellack nicht ab. Wie geht der wohl ab? Ja, das ist halt alles so ne Sache. Und wir zeigen euch, wie es ganz einfach geht. Ihr braucht dafür Alufolie, Alufolie, Toilettenpapier, oder Servierten, oder was weiß ich. Ähm, und einmal noch, na gut, Elkos. Ist egal von welcher Marke. Ähm, ähm, wie? Ich kann nur zum Beispiel noch auf. So. Ähm, wie weit bist du da? Oh, das sind gleich schon alles ab, ey. So, also, am Anfang sehen eure Nägel so aus. Und dann, zum Schluss, wenn ihr fertig seid damit, soll er so aussehen, soll die Hand so aussehen. Ja, Celine hat jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ähm, ja, ich bin ein bisschen krank, auf jeden Fall. Ähm, ja, Celine, erklär uns doch mal, wie das geht. Ähm, hier nehm ich ein Stück Kuhpapier. Hab ich mal ein Fall war, ich nehme Kuhpapier. Ich mache Nagellack-Empferner drauf. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Dann, nehm, nehmt ihr jetzt erstmal kurz an die Seite, nehmt etwas Alu-Folie, aber nicht zu wenig, legt den Nagellack-Empferner auf den Finger, und macht einfach Alu-Folie drum. Schon seid ihr alle fertig, ja. Wie lange dauert das so? Naja, für einen Finger so eine Minute. Okay, das heißt, der eine ist jetzt so.